Fußball Inside, der Experten-Podcast. Radio-Reporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Fußball Inside. Das Ganze, wie gewohnt, am Donnerstag. Und man merkt es schon so ein bisschen, es kribbelt im Ruhrgebiet. Es liegt was in der Luft, denn am Samstag... Gut, vielleicht auch dem einen oder anderen schon auf der Haut. Da wären wir dann gleich zu kommen. Diejenigen, die es nicht sehen können, weil sie nur den Podcast hören. Einer unserer Gäste, Sportchef und BVB-Experte, Sebastian Wessling, hat offenbar ein Kribbeln am Arm. Ich meinte eher so ein Kribbeln im Körper, weil das Derby bevorsteht. Am Samstag Schalke gegen Dortmund. Und da werden wir natürlich dann heute drüber sprechen. Zum einen mit dem besagten Sportchef und BVB-Experten, Sebastian Wessling. Hallo, Sebastian. Schön, dass du da bist. Hallo, Timo. Auch ich freue mich außerordentlich, dich zu sehen. Das ist sehr schön. Und wenn wir über Schalke sprechen, ist natürlich Andi Ernst am Start. Glück auf. Glück auf. Wunderbar. Ich stelle mich auch noch kurz vor, ich bin Timo Düngen, bin morgen Moderator bei Radio M. Schalippe und als Fußballkommentator am Start bei den Spielen des MSV Duisburg und des FC Schalke 04. Dementsprechend freue ich mich natürlich auch schon richtig aufs Derby. Ich habe es gerade schon angesprochen, wir sind wieder in doppelter Ausführung am Start. Einmal als Video, als Vodcast und einmal als normaler Podcast zum Hören. Schaut ihr das Video, wollt uns lieber nur hören, dann geht einfach auf Apple Podcasts oder Spotify, da könnt ihr uns dann auch abonnieren. Ihr verpasst dann nie irgendeine Folge. Oder ihr hört den Podcast, wollt aber lieber gucken, wie Sebastian sich kratzt, dann könnt ihr einfach in die Shownotes schauen. Und da findet ihr den passenden Videolink. Was ist das eigentlich für ein Szenario? Schaut ihr das Video, wollt uns aber lieber nur hören. Ja, ich sag mal so, du spielst da durchaus rein, wenn du dich hier kratzenderweise hinflätst, dann ist das vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz so gut. Denen, die jetzt nur hören, vermittelt das ein vollkommen feines Bild, was hier passiert. Lasst uns direkt mal gucken aufs Derby. Ich meine, das ist ein besonderes Spiel. Müssen wir nicht lange drüber reden, wird jeder zustimmen. Und was ist so für dich, du hast ja einige Derbys mitgemacht, sodass das Derby, was bei dir hängen geblieben ist. Ich glaube, das Derby, was bei mir am meisten nachhalt, das liegt vielleicht aber auch daran, dass es nicht ganz so ewig lange her ist, wie andere ist natürlich dieses 4 zu 4 in Dortmund. In der Saison unter Peter Bosz, wo ziemlich vieles schief ging beim BVB. Und der BVB eigentlich schon im freien Fall war, dann sich gegen Schalke eine Halbzeit lang in einen kompletten Rausch spielte, 4 zu 0 führte, auch noch zur 60. Minute. Und dieses Ding dann tatsächlich noch 4 zu 4 ausging, weil dieser BVB nach dem ersten Gegentor vollkommen auseinander fiel, in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassierte. Und damals hat ja auch Roman Weidenfeller gesagt, ja, wenn das Spiel noch ein bisschen länger gedauert hätte, hätten wir mit Sicherheit verloren. Und das stimmt. Also das war ein ganz, ganz, ganz verrücktes Spiel. Bleibt am meisten hängen. Gibt auch noch andere gute. Jetzt Lehmann hat ja mal ein Tor gemacht im Derby und ein paar andere Geschichten. Aber das ist so das, was bei mir aus diesen Gründen am meisten nachhalt, auch weil es eben noch recht nah dran ist. November 2017 war dieses 4 zu 4 und das angesprochene Lehmann-Tor. Im Dezember 97, weiß ich noch, habe ich damals im Fernsehen geguckt. Damals gab es noch das Premiere-Topspiel am Freitagabend. Und wir haben immer bei einem Mannschaftskameraden dann bei Müller-Milch und Chips dieses Topspiel geguckt. Müller-Milch. Ich war noch so jung damals, Andi. Da kannst du natürlich nicht mitreden. Hast du einen privaten Ausrüstervertrag oder seit wann nennen wir Namen? Von mir traktiv, so früher. Andi, was ist dir so hängen geblieben? Mir ist gerade hängen geblieben, dass ich bei dem 4 zu 4 nicht im Stadion war, sondern mit meiner damals einzigen Tochter über Teneriffa spaziert bin. Das weiß ich nämlich noch. Und ich habe auf mein Handy geguckt und sah 4 zu 0, okay, Handy weggesteckt. Und irgendwann habe ich das Handy wieder rausgeholt. Eine Stunde später war es 4 zu 3. Und dann hatte ich mal kurz keine Zeit. Deswegen live im Stadion habe ich auch schon einige gesehen. Ich überlege gerade. Da muss ich ehrlicherweise sagen, das, was ich wirklich zuallererst denke, ist das 0 zu 0, dass Manuel Neuer mal Leingang geholt hat. Das war eines der eindeutigsten Derbys, glaube ich, der Bundesliga-Geschichte. Und es ist halt 0 zu 0 ausgegangen, weil Manuel Neuer einfach so unglaublich gehalten hat. Da war Felix Maga Trainer und kein Schalker konnte am Ende glauben, dass es dafür einen Punkt gegeben hat. Kein Dortmunder übrigens auch. Bei diesem 4 zu 4 war ich leider auch nicht dabei. Ich habe eine Duisburger Niederlage in Regensburg kommentiert. War auch schön. Ähnlich schön. War auch ähnlich schön bei Regenwetter. War klasse. Ja, also diese Emotionen sind natürlich das, was so ein Derby ausmacht. Und da heißt es doch immer, das ist so ein ganz eigener Wettbewerb. Ist das wirklich so? Ist doch eigentlich albern, oder würdest du sagen, Sebastian, das ist so? Ja und nein. Also das ist schon so, glaube ich, dass dieses Spiel einfach so ein bisschen außer der Reihe steht, obwohl es natürlich ein normales Bundesliga-Spiel ist, obwohl es dafür auch nur drei Punkte gibt. Zum Glück haben wir kein Phrasenschwein. Aber natürlich ist das schon etwas Besonderes, weil du schon vorher merkst, die Atmosphäre ist eine andere rund um den Klub. Jetzt kann man sagen, gut, die Spieler, die interessiert das alle nicht so. Von denen kommt ja keiner aus Dortmund oder Gelsenkirchen. Aber die kriegen das natürlich auch mit. Die kriegen das die ganze Woche erzählt, wie wichtig das ist. Die kriegen mit, da ist eine besondere Spannung. Die kriegen das von den Fans mit. Die kriegen das morgens beim Bäcker mit und so weiter. Das macht auch mit denen was. Das wissen die. Und auch die Atmosphäre in so einem Stadion ist noch mal stärker aufgeladen als bei vielen anderen Spielen. Und deswegen ist es tatsächlich auch am Ende so, dass es in so einem Derby nicht nur um fußballerische Klasse geht, sondern auch eben darum, wer kann mit dieser Situation besser umgehen. Das ist ja schon irgendwie eine besondere Drucksituation, tatsächlich da in so einem Spiel. oder eine besondere Anspannung, eine besondere Herausforderung ist das einfach. Und da spielt dann eben dieser Bereich auch noch mal total viel stärker rein, als jetzt eben bei einem Bundesligaspiel gegen Mainz oder Augsburg oder sonst irgendwas. Ist es das für den BVB wirklich? Weil ich frage mich die ganze Zeit, die Mannschaft von Borussia Dortmund ist eindeutig europäisch orientiert. Absolut. Diese Bellinghams oder Allers oder so. Ich glaube, gerade Bellingham ist ein, ich glaube, gerade der ist schon einer, dem das auch was bedeutet, weil er weiß, was es den Fans bedeutet. Also das ist, glaube ich, schon, der will sich nicht nachsagen lassen, dass er das Derby verloren hat und dass die Fans jetzt unglücklich sind, weil man gegen Schalke verloren hat und dass die Saison ein Stück weit, ich will nicht sagen entwertet, aber so ein Makel auf die Saison legt. Deswegen, den würde ich da tatsächlich als einen nehmen, der das von außen sehr annimmt und mitnimmt. Und ja, wie gesagt, die kommen nicht von dir. Also natürlich Sebastian Allaire, der jetzt irgendwie ein Dreivierteljahr da ist, der wird jetzt nicht schon Wochen vorher aufgeregt sein, weil irgendwann das Derby am Horizont lauert. Aber ich glaube schon, dass das Spieler sowas aufnehmen und mitnehmen. Vielleicht ist es in Gelsenkirchen noch ein bisschen mehr, weil das jetzt inzwischen ja auch, ich meine, Dortmund hat am Dienstag Champions League gespielt, ist aus dieser Champions League ausgeschieden. Das ist natürlich erst mal, diese Champions League-Spiele sind natürlich noch mal anders, besonders für die meisten Spieler und eigentlich natürlich auch einen Tacken wichtiger für die Spieler, weil die eben, die wollen Champions League spielen, das Derby ist ein bisschen Folklore für die und so weiter. Aber dennoch ist das für die natürlich ein anderes Spiel. Also du lebst ja auch als Fußballer von dieser Atmosphäre, die auch von den Rängen kommt und so. Allein deswegen freust du dich ja auf so ein Spiel und allein deswegen pusht dich ja auch so ein Spiel und packt dich so ein Spiel. Und deswegen, ja, bedeutet auch den Dortmundern was und das ist für die jetzt auch eine gute Gelegenheit, einfach diese Woche so ein bisschen zu reparieren. Also dass man sagt, jetzt kann man direkt mit einem Derbysieg zumindest ein bisschen die Stimmung oder die Stimmung so ein bisschen wieder als positive drehen, nachdem man jetzt nach zehn Siegen ab Stück jetzt einen doch empfindlichen Rückschlag erlitten hat. Du nimmst da schon wieder sehr, sehr viel vorweg, was wir gleich noch besprechen werden. Ja, das war der Podcast, wir verabschieden uns. Weil ich tatsächlich den gleichen Eindruck habe wie Andi, dass das Derby für Schalke schon nochmal irgendwie größer ist. Ich meine, es mag daran liegen, dass wir natürlich auf Schalke dann deutlich häufiger zugegen sind als in Dortmund, aber... Ja, Schalke hat halt auch eine Woche Zeit. Sebastian hat schon recht gehabt. Schalke hat gerade ein Derby gewonnen. Das heißt, du gehst vom kleinen Derby mit Schwung ins große Derby, hast eine Woche Zeit dafür, während Borussia Dortmund sich quasi erst seit Mittwochvormittag so ein bisschen eingroovt. Und mit Eingrooven ist jetzt auch nicht so, dass direkt von Chelsea auf Derby direkt umgeschaltet werden kann. Und bei Schalke ist es natürlich so, dass durch die beiden Siege hintereinander auch eine kleinere bis mittelgroße Euphorie entstanden ist. Und da fallen halt Sätze oder da sind Sätze in der Mixed Zone gefallen, für die auch wir, die Schalker Profis, vor sechs Wochen halt noch ausgelacht hätten. Oder Tom Kraus steht in der Mixed Zone und sagt, ja klar will ich gewinnen, ich kann mich doch nicht hier hinstellen und sagen, ich will Borussia Dortmund nicht schlagen. Was habt ihr eigentlich alle so ungefähr? Und da wird es halt auch in den ersten zehn Minuten ordentlich rappeln. Und da wirst du dann Tom Kraus sehen, der nach jedem Zweikampf so vor der Kurve steht. Moritz Jens wird nach jedem Zweikampf so vor der Kurve stehen. Und da bin ich mal gespannt, wie Dortmund dann damit umgehen kann. Das war ja wie ein Derby, an das ich mich erinnern kann. Da spielte Sead Kolasinac in Dortmund genau so. Ich weiß genau, welche Szene jetzt kommt. Ja, ja. Hat nach zwei Minuten Christian Pulisic umgesetzt. Genau, nach zwei Minuten so richtig in die Bande gehauen. Und war dann wirklich auch mit diesen. Und damals ließ sich die Mannschaft von Borussia Dortmund da auch wirklich von beeinflussen. Und du hast dann 55.000 Schalker, die dann nach fünf Minuten bei der Gretsche in die Seitenlinie alle aufspringen. Und vielleicht muss sich da schon der ein oder andere Dortmunder Spieler einfach auf die Tribüne gucken und sagen, oh scheiße, was ist denn hier? Also, kann sein. Du hast natürlich auch Schalke, vielleicht auch, weil, ich meine, Sebastian hat das ja auch gesagt, und das wissen wir natürlich auch alle, dass Dortmund der größere Gegner ist. Du hast schon so ein bisschen diesen Pokalspielcharakter ja fast schon. Das versuchen sie jedenfalls zu vermitteln. Das haben sie auch vor dem Spiel gegen RB Leipzig versucht. Nun, das ist richtig in die Hose gegangen mit 1 zu 6. Dezent, ja. Aber inzwischen stehen sie halt auch in der Abwehrsicherer. Und sie haben es in den letzten sechs Wochen geschafft, die Fans auch so richtig mitzunehmen. Und wenn sie wirklich die ersten 10, 15 Minuten einigermaßen überstehen, dann kann das schon in eine Richtung gehen, in der Schalke das Spiel offen gestalten kann über eine längere Zeit. Ich will jetzt nicht sagen, dass Schalke das Spiel dominieren wird. Das wird nicht passieren. Ich will nicht sagen, dass Schalke hochgewinnen wird. Das wird nicht passieren. Ich will nicht sagen, dass Schalke die bessere, individuellere Qualität hat. Das ist auf gar keinen Fall der Fall. Borussia Dortmund Favorit und wird auf 70 Prozent Ballbesitz kommen? Ja. Das ist der Fall. Also da müssen wir uns schon alle drauf einstellen und auch das Schalker Publikum. Aber dennoch ist Schalke mit diesem Willen, den sie haben und mit diesem Einsatz, ich bin halt wirklich, ich kenne die Dortmunder Mannschaft halt nicht gut genug. Ich weiß nicht, wie sie damit umgehen, wenn sie in den ersten zehn Minuten dreimal in die Bande gehauen werden. Man hat das ja beim Pokalspiel in Bochum gesehen, fand ich. Also da hat sich Dortmund so ein bisschen auf das Niveau vom VfL, so habe ich das damals auch hier ausgedrückt, runterholen lassen, indem die Bochumer eben genau das geliefert haben. Die Grätsche, die Zuschauer, die bei, sobald der Ball mal ins Ausgegrätscht wurde, aufgesprungen sind. Da hatte man schon das Gefühl, dass der BVB sich davon beeindrucken lassen kann. Ja, wobei man sagen muss, das ist ja in den letzten Wochen auch ein bisschen das Dortmunder Spiel. Natürlich auf einem anderen Niveau, aber diese aktuelle Dortmunder Mannschaft, die kommt ja nicht übers Zaubern, sondern die arbeitet ja Fußball tatsächlich auch. Und das ist ganz spannend, dass Dortmund schafft es im Moment, Spiele immer eng zu gestalten, auch gegen große Mannschaften, wie gegen Chelsea in der Champions League, aber auch gegen kleine Mannschaften, wie Bochum oder wie Hoffenheim dann zuletzt. Also die Spiele sind dann immer eng und weil das Arbeiten dieser Mannschaft tatsächlich im Moment leichter fällt als das Zaubern. So kann man es vielleicht sagen. Und weil die auch tatsächlich, ja und dann kommt sowas raus wie gegen Bochum, weil dieser Gegner natürlich vor allem über das Fußballarbeiten kommt. Ja, aber ich weiß nicht, ob deswegen auch beeindruckend das Richtige ist, sondern das ist so ein bisschen, diese Mannschaft hat sich da an dieser Stelle ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Ich meine, da sind ja auch Spielertypen drin, wie ein Emre Can. Den beeindruckst du jetzt nicht dadurch, dass du ihn zweimal weggrätschst, sondern der grätschst dich dann auch zweimal weg und vielleicht sogar dreimal und sieht rot. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann auch ein Nico Schlotterbeck oder ein Niklas Süle oder so. Also da sind ja Charaktere reingekommen. Die es so in der Vergangenheit nicht gab oder die nicht so eine große Rolle spielten. Also da ist schon nochmal so eine andere Dimension mitgekommen ins Spiel. Und dazu ist dieser Trainer Edin Terzic, der vielleicht, um das Thema Derby nochmal anzusprechen, der zuvorderst weiß, worum es geht in so einem Derby. Er hat ja mal den schönen Satz gesagt, also wenn er dem Schalker Trainer zum Derby sie gratulieren müssen, wäre das der schlimmste Tag in seiner Trainerkarriere. Also der wird der Mannschaft schon auch vermitteln, worauf es da ankommt und was er sehen will. Ja, aber natürlich sind die Dimensionen andere. Also Schalke kommt natürlich sehr viel aktuell über Sicherstehen und Zweikämpfe gewinnen und zweite Bälle einsammeln und kämpfen. Dortmund hat natürlich spielerisch noch ein paar andere Möglichkeiten. Spielt die aber in den letzten Wochen jetzt auch nicht immer so herausragend aus. Auch Thema Personalsituation, da werden wir sicher noch drauf kommen. Ich will ja hier nichts vorwegnehmen. Ja, sehr gut, sonst kommen wir ja gar nicht mal zu einzelnen Etappen, wenn du durchredest. Dann sind wir mit der Dreiviertelstunde zu Ende und Andi und ich sind gar nicht mehr zu Wort gekommen. Das kennen wir ja. Fände ich einen guten Podcast. Ihr habt beide schon die Bilanzen der letzten Spiele angesprochen. Also Schalke zum einen mit diesen sechs Spielen ohne Niederlage in Folge. Dortmund hatte diese zehn Pflichtspielsiege in Folge. Bis jetzt dieser Dämpfer kam, das Champions League aus bei Chelsea. Glaubst du, das könnte Dortmund einen Knick geben? Oder ist dann jetzt so wirklich das Derby, das genau zum richtigen Zeitpunkt kommt? Also da sind wir wirklich im Konjunktiv. Ich weiß es nicht. Weil wir es ja jetzt einfach nicht erlebt haben. Also das ist, die Mannschaft hat jetzt einfach diese fantastische Siegesserie gehabt. Und wie sie jetzt mit einem Rückschlag umgeht, das haben wir uns ja die ganze Zeit gefragt. Was wird denn passieren, wenn die mal ein Spiel verlieren? Also sind die wirklich so gefestigt? Sind die wirklich so gut, dass sie dann sagen, die schütteln das aus den Kleidern, machen weiter, super Mentalität und so? Oder war das jetzt einfach ein Flow und da geht halt alles von selbst und von alleine? Das wird jetzt tatsächlich die interessante Frage sein zu sehen. Also da bin ich selber sehr gespannt drauf. Sind glaube ich die Verantwortlichen und die Spieler auch sehr gespannt drauf. Was auf jeden Fall einen kleinen Knick oder wo das Spiel nochmal reinhaut, ist halt beim Thema Personal. Da gibt es nochmal die ein oder andere, um das nochmal so anzudeuten. Ich merke das schon. Da möchtest du gerne drauf kommen. Aber komm mal später drauf. Arbeite du mal deinen Zettel ab. Ich melde mich dann zu Wort, wenn es soweit ist. Ja, weil, also ich, du hast ja was gedacht dabei. Genau, dieser psychische Knick, den es ja vielleicht geben könnte, liegt natürlich auch daran, wie das Spiel verloren wurde. Also ich fand, Chelsea war im zweiten Spiel, war die bessere Mannschaft. Ehrlicherweise im ersten Spiel auch schon über weite Teile. Ja, also im Endeffekt ist dieses Ausscheiden durchaus verdient. Das kann man so sagen. Trotzdem hat es natürlich dieses Elfmeter-Geschmäckle und ich meine, Emre Can hat ja dann tatsächlich auch nach dem Spiel sich dazu hinreißen lassen und gesagt, der Schiedsrichter war schuld am Aus. War natürlich drüber, war zu einfach gedacht an der Stelle. Ja, natürlich ist das zu einfach gedacht. Also ich verstehe, dass man sich drüber ärgert, weil das ist ja maximal unglücklich. Der Elfmeterpfiff ist schon ein harter. Ja. Wobei der Internationale halt oft gepfiffen wird, weil die Hand ist nun mal ein bisschen abgespreizt vom Körper. Also nicht wahnsinnig weit, ist ja noch immer recht dran, aber ist halt abgespreizt. Also kann man, ist jetzt zumindest kein klarer Fehler des Schiedsrichters. Dann ist diese Wiederholung ist auch nicht direkt ein klarer Fehler, ob der VAR hätte eingreifen dürfen. Daran entspinnen sich dann die Diskussionen. Aber ich finde es immer, man macht es sich zu einfach, wenn man auf den Schiedsrichter zeigt. Ja, natürlich. Das war dann das 2 zu 0, aber so wie das Spiel lief und Chelsea hat 1 zu 0 geführt und Chelsea war einfach viel, viel besser an dem Tag. Das muss man ganz offen so sagen. Also Dortmund hat nicht gut verteidigt, Dortmund hat kein gutes Spiel gemacht, Dortmund hatte keine gute Durchschlagskraft. Dann finde ich es also nachvollziehbar, wenn man sich als Profi in der ersten Aufregung da hinstellt und über den Schiedsrichter schimpft. Aber er hat ja hinterher dann auch gesagt, also das war sein erster Satz, hat er hinterher aber auch gesagt, wir waren nicht gut und wir hätten vieles besser machen müssen. Also er hat das selber so im Verlauf dieses Gesprächs ein bisschen relativiert. Aber so ein Satz, der Schiedsrichter ist schuld, der stimmt halt in den seltensten Fällen, zumindest nicht ausschließlich. Und in dem Fall gab es genug Fehler, die man auf Dortmunder Seite finden konnte. Ich glaube, als Dortmunder hat man sich auch ungerecht behandelt gefühlt, weil der erste Spieler, der natürlich reinläuft bei dieser Ausführung des Strafstoßes, ist der Chilwell bei Chelsea. Und man könnte natürlich so argumentieren, wenn der nicht losrennt, rennen die Dortmunder nicht hinterher. Ja, vielleicht. Aber warum rennen denn die Dortmunder hinterher, wenn noch nicht ausgeführt ist? Also die Regel ist halt so. Und vor allem, es sind ja auch Dortmunder auf der anderen Seite reingerannt, die weit weg waren von Chilwell. Also wenn wir darüber diskutiert, dann halt schon auf Basis der Regeln. Dann spielt es halt keine Rolle, wer zuerst reinläuft. Wenn nur Chilwell reinläuft und Harbert verwandelt, zählt halt das Tor nicht. Aber ja, so ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Ist ärgerlich für Dortmund, keine Frage. Und man kann sich darüber ärgern, über das Zustandekommen. Aber man sollte jetzt lieber auf das schauen, was man selbst besser machen kann. Weil über Schiedsrichter reden ist halt wie das über das Wetter reden. Man ändert es nicht. Andi, wir können da ja auch nur spekulieren. Ist das jetzt dann vielleicht ein Vorteil für Schalke, dass Dortmund diesen kleinen Knacks, wenn die Dortmunder den überhaupt abbekommen haben? Oder ist es eher so, so ein angepiekster Gegner ist vielleicht für Schalke noch schwieriger? Ach, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also wenn das jetzt ein Finale gewesen wäre, dass Dortmund nach Elfmeterschießen verloren hätte, dann vielleicht. Aber das sind ja alles Profis und es war halt Dienstagabend. Also auf Schalke haben wir auch gehofft, mein Gott, vielleicht geht es in die Verlängerung ins Elfmeterschießen. Drei Leute verletzen sich. Aber darauf kommen wir ja gleich noch in der Personaldiskussion. Da soll der ein oder andere verletzt sein bei BVB. Habe ich mir sagen lassen. Ja, ich hörte davon. Und dann hat der Rückflug, Neuverspätung, sowas hofft man dann ja als Schalke-Fan. Aber ich glaube nicht, also wenn das jetzt wirklich Europa League ist, dann hat man es ja schon häufiger erlebt, wenn man dann Donnerstagabend spielt und kehrt erst Freitag aus einem weit entfernten europäischen Land zurück. Ja, dann muss der Trainer rotieren, dann hat es vielleicht einen Einfluss. Aber ich glaube, in dem Fall und auch bei dem Qualitätsunterschied, den es normalerweise zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 gibt, macht das eher weniger aus. Also ich wüsste jetzt nicht, welchem Dortmund-Spieler jetzt das einen psychischen Knacks gibt, dass der jetzt einfach 50 Prozent schlechter spielt. So, und jetzt hat der Timo die perfekte Überleitung auf dem Zettel stehen, zu dem, was du gesagt hast. Genau. Kommt jetzt ein gutes Thema. Ein gutes Thema, dass Dortmund natürlich deutlich besser besetzt ist. Allerdings fallen wichtige Spieler aus, Sebastian. Doch. Ja, das ist so. Wunderbar. Ja. Also auch Leute, die wirklich jetzt gerade in absoluter Topform waren, wo man schon, also bei Brandt zum Beispiel, wo man lange drauf gewartet hat, dass er so spielt, wie er jetzt spielt. Ich meine gut, Adeyemi zum Beispiel, der ist ja noch nicht so lange da, aber war trotzdem gerade so in der Form, wo man gedacht hat, jo, das ist die super Verstärkung. Der fällt aus. Marco Reus jetzt auch angeschlagen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Julian Brandt, dass der fehlt, ist natürlich für den BVB, also für ihn selbst natürlich bitter und für den BVB auch, weil der für mich bislang, echt einer der besten Spieler in der gesamten Bundesliga ist in dieser Saison. Also da weiß ich gar nicht viele, die jetzt konstant besser spielen. Auch schon in der Hinrunde, wo es bei Dortmund nicht so gut lief und in der Rückrunde auch noch mal eine Schippe draufgelegt, wie alle anderen auch, wie der das Spiel von Dortmund prägt, von der ersten bis zur letzten Minute inzwischen. Er hat sich ja früher dann oft seine Auszeiten genommen, tauchte ab und so. Jetzt ist er einfach komplett da, komplett im Spiel, arbeitet gegen den Ball, lenkt das Spiel klug nach vorne, ist immer anspielbar, hat immer Lösungen. Das tut schon massiv weh, wenn der fehlt. Das hat man auch gegen Chelsea gesehen, als dann Giovanni Reiner reinkam. Da hast du zwei, dreimal gesehen, ja gut, der kann was am Ball. Aber für das Spiel selbst waren halt die Fähigkeiten jetzt nicht so entscheidend, weil er irgendwie so die Spielfortsetzung nicht so richtig gefunden hat. Also konnte technisch gut mit dem Ball umgehen, aber wusste auch nicht so recht, wohin mit dem Ball. Da ist Brandt aktuell auf einem anderen Level. Und auch wenn Marco Reus dann auch zusätzlich fehlen sollte, wäre das natürlich dann noch mal bitter, weil dir dann im Mittelfeld wirklich ganz viel Kreativität abgeht. Also dann hast du natürlich noch einen Jude Bellingham und ansonsten hast du dann noch eben Typen wie Can, wie Özcan, wie Reiner, der nicht gut drauf ist oder so. Aber so die beiden Kreativspieler im Mittelfeld, die fehlen dir dann. Adeyemi, der unfassbares Tempo ja mitbringt und damit auch immer natürlich eine Bedrohung ist für jede Abwehr. Der fehlt dir auch. Also gerade auch gegen Schalke, wo jetzt der... Maja Joshi da nicht der Schnellste wäre zum Beispiel. Zum Beispiel. Also grundsätzlich hat die Schalker Mannschaft ja nicht wahnsinnig viel Tempo. All dieweil, das wird Andi ja gleich überreden. Mit Moritz, jetzt jemand gekommen ist, der durchaus auch nicht so langsam ist. Ja, aber ein paar andere, die schnell sind, aber auch fehlen werden. Vermutlich. Ein Gegentor in sechs Spielen, sag ich nur. Und ich glaube, jeder dieser sechs Mannschaften hat gesagt, Yoshida ist der langsamste Spieler der Liga. Also hat man den Borum auch gesehen. Wenn Borum angegriffen hat, haben sie Anfi Ajay auf Yoshida angesetzt. Nach dem Motto, der stand dann immer da, haben sie Positionen getauscht, damit der dann quasi mal wegläuft. Hat aber sechsmal hintereinander nicht funktioniert. Aber du bist dran, immer noch. Wir sind einfach auch bei Spielern, die jetzt so langsam in der Form ist, wie man sich das erhofft hat, wenn die Verletzungen nicht gekommen wären. Ich finde auch ein Spieler, der das momentan so abliefert ist, ist Emre Can. Wir haben jetzt gerade ein bisschen über ihn gemeckert, sag ich mal, aufgrund seiner Aussagen. Aber ich fand ihn auch gegen Chelsea, war er für mich, wenn nicht gar der beste Dortmunder, zumindest einer der besten. Und auch in den letzten Spielen plötzlich hatte er diese Präsenz, die man sich von Anfang an von ihm erhofft hatte. Und jetzt ist er ja durchaus schon was länger in Dortmund. Auf jeden Fall. Also Emre Can, ich finde, er besticht im Moment dadurch, dass er halt ein einfaches Spiel spielt. Also dass er genau das spielt, was er kann. Das fand ich in der Vergangenheit oft das Problem. Dann hat er zu viel gewollt und zu viel versucht. Er hat Dinge versucht, die ihm jetzt nicht so liegen. Wenn wir dann auf einmal den Tempodribbler geben wollen und den offensiven Spielgestalter. Und das ist er halt nicht. Aber er bringt als Sechser ganz viele Fähigkeiten mit. Er ist extrem zweikampfstark. Er hat ein gutes Tempo. Er hat eine gute Physis. Er hat ein gutes Spielverständnis. Auch durchaus. Also dass er weiß, wo er hinlaufen muss, um Bälle abzufangen. All das ist da. Und wenn er sich darauf besinnt und darauf konzentriert, und das muss er jetzt machen, weil er als alleiniger Sechser vor der Abwehr spielt, dann ist das ein richtig wertvoller Spieler. Aktuell fehlt Dortmund. Und plötzlich keiner mehr, der so auf der Abschlussliste steht, ein Jahr vor Vertragsende. Nee, tatsächlich. Muss man mal abwarten. Also, was heißt abwarten? So lange läuft dieser Vertrag nicht. Aber sind natürlich jetzt alle gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ob er diese Form längerfristig hält. Er verdient ja auch sehr gutes Geld. Hat ja vorher nicht bei so kleinen Vereinen gespielt. Dann ist das meistens logisch. Ja. Andi, dieser Aufschwung von Schalke, der hat ja auch wirklich mehrere Namen. Und da würde ich ganz hinten anfangen, natürlich mit Ralf Fehrmann. Also, hättest du dem das zugetraut, dass der jetzt quasi Song Comeback fährt? Du hast es auch gesagt, sechs Spiele, nur ein Gegentor. Ja, reden wir über dieses eine Gegentor. Das war dann auch noch ein Bock von Ralf Fehrmann. Das hat er sich selber reingedruckt. Aber, sagen wir mal so, Schwamm drüber. Ansonsten? Ja, natürlich hätte ich ihm das nicht zugetraut. Also, nennen wir einen Schalker aus Ralf Fehrmann selbst, der gesagt hat, der kommt noch mal ins Tor und hält fünfmal zu null. Jetzt muss man auch sagen, natürlich ist er da, wenn er gebraucht wird. Auf jeden Fall. Aber er kriegt halt nicht so viel auf sein Tor. Also, die Verteidigung funktioniert echt gut. Das fängt dann, jetzt fange ich mal ein bisschen weiter vorne an, fängt natürlich im Mittelfeld an. Also, fängt sogar ganz vorne an. Michael Frey trifft zwar nicht, aber der ist halt ein Lkw, der vorne wie immer hin und her fährt und alle anläuft. Im Mittelfeld, Kraus, Kral, spielen schön Mann gegen Mann, sind sehr unangenehm zu spielen. Und da kommt dann fast in der Viererkette schon gar nicht mehr so viel an. Und das, was die Viererkette durchlässt, ist dann auch nicht so viel. Also, sie lassen halt auch viel weniger Torschüsse zu. Und das ist natürlich ein Verdienst der gesamten Mannschaft, ein Verdienst von Thomas Reis. Aber ich will damit die Leistung von Ralf Fährmann nicht schlecht reden. Fünfmal zu null musst du erstmal halten. Und er hatte in jedem Spiel auch seine zwei, drei, vier Prüfungen, die er wirklich bravourös gemeistert hat, mit Ausnahme dieses einen Schusses gegen Stuttgart. Und sogar mit Ball am Fuß hat er sich etwas verbessert. Ich hätte nicht gedacht, dass das nochmal passiert. Er ist ja nun schon mal 34,5 Jahre alt. Aber bisher gab es noch nicht so viele Bälle, die einfach Rückpass auf Fährmann, er schießt den Ball auf Höhe 16 Meter in Seiten aus. Das hatten wir vorher fünf bis zehnmal pro Spiel und jetzt halt höchstens ein, zwei Mal pro Spiel. Wobei ich zugeben muss, in den ersten Spielen, seit er wieder im Tor stand, also gegen Köln oder auch in Gladbach, da hatte ich schon immer Angst, wenn die Rückpässe dahin kamen. Da hatte jeder Schalke Angst, weil jeder weiß natürlich, dass das eine große Schwäche ist. Aber Ralf Fährmann ist trotz seines Alters ein sehr sensibler Spieler und er holt sich wirklich das Selbstvertrauen über Spiele. Warum war er damals, 2018, hat ganz Deutschland quasi gefordert, dass er als dritter Torwart mit zur WM muss, weil er einfach einen unglaublichen Lauf hatte. Und was er dieser Mannschaft verleiht, das ist halt auch was, durch seine Präsenz, er ist ja auch ein ganz schöner Brecher, er hat halt eine ganz gute Körpersprache und er ist vor allen Dingen bei Ecken und Flanken relativ gut. Also wenn man da irgendwie in eine Ecke reinkommt oder eine Flanke reinkommt und die wird nicht weggeköpft, dann läuft Fährmann halt raus und räumt halt alle ab. Das ist der ganz große Unterschied zu Alexander Schwulung. Also da war es ja wirklich, wenn ein Ball hoch ins Strafraum kam, dann... Gute Nacht, Marie. Gute Nacht, Marie, richtig. Ganz genau. Ansonsten die Abwehr Moritz Jens, auch eine Wahnsinnsverstärkung. Genau. Also dass der so direkt, so präsent ist, so einschlägt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das Interessante an Moritz Jens ist, der ist 23, wie zur Hölle haben so ziemlich alle Bundesliga-Vereine Deutschlands den bisher übersehen. Also der kommt ja ursprünglich aus Berlin, hat dann in Fulham gespielt in der Jugend und ist dann nach Lorient in Frankreich und dann ausgeliehen an Celtic. Bei Celtic hat er auch das ein oder andere gute Spiel gemacht. Aber mir sagte der Name ehrlicherweise nicht viel. Also als Celtic gegen Leipzig gespielt hat, hat er echt ein tolles Spiel gemacht, das weiß ich noch. Aber ansonsten habe ich den jetzt nicht so richtig auf dem Schirm gehabt und offenbar auch nicht viele andere Bundesligisten. Und dass die Viererkette besser steht, liegt vor allen Dingen an ihm, weil er ist einfach echt so gut. Das ist so ein guter Transfer gewesen. Er macht auch Yoshida besser. Das haben wir ja bei der WM schon gesehen. Ja. In der Hinrunde auf Schalke hatte Yoshida immer wieder wechselnde Partner. So hat er es auch begründet. Und normalerweise brauchst du als Abwehr halt auch lange, um dich einzuspielen. Und jetzt mit Jens funktioniert es. Jens macht ihn besser, so wie Itakura ihn bei der WM für Japan besser gemacht hat. Und warum das so gut funktioniert, hat er mal so erklärt. Er hatte, jetzt muss ich gucken, ob ich das zusammenkriege, bei Celtic Glasgow einen Trainer, den Yoshida mal in der japanischen Nationalmannschaft hatte. Also das heißt, die haben so eine kleine Fußballphilosophie-Verbindung. Beide haben ja auch den britischen Fußball erlebt. Yoshida war ja lange in England aktiv. Und das funktioniert einfach bei den beiden. Und das merkt man. Und die Außenverteidiger, also da kann sich Schalke sogar leisten, auf der linken Seite keinen vernünftigen Außenverteidiger zu haben, weil so sehr Matriciani von so ziemlich jedem Schalker immer gelobt wird. Er ist halt, also ob der Bundesliga-Qualität hat, da setzt sich schon mal ein Fragezeichen hinter. Und wenn, dann hat er die nicht für die Linksverteidiger-Position. So, auf der rechten Seite, Brunner wird jetzt auch besser. Er hat mit, trotz Nasenbeinbruch, mit Maske sein bestes Spiel für Schalke gemacht. Ja. Und die Viererkette funktioniert. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Nach 41 Gegentoren in der Hinrunde, also Wahnsinn, was da auch nur zwei Personalien, vor allen Dingen Jens, und auch so ein bisschen Fährmann ausmachen können. Und ein bisschen Krall davor. Und ein bisschen Krall davor. Genau, aber du wolltest ja von hinten nach vorne gehen. Genau. Gehen wir jetzt alle durch? Nee, wir gehen nicht alle durch. Krall, lassen wir, weil wir da schon mal was länger drüber gesprochen haben. Zuletzt auch bei uns im Podcast. Ich würde halt noch mal da ganz vorne fast gehen. Frey hast du schon angesprochen, der viel unterwegs ist. Aber Marius Bülter trifft plötzlich auch das Tor wieder. Und das sogar teilweise sehr, sehr spektakulär. Der hat momentan das Selbstvertrauen. Genau. Und er ist halt auch ein Arbeiter. Und bei Marius Bülter ist es ja immer so, die manchen Trainer verzweifeln dran, da er jetzt nicht so derjenige ist, der mit Ass und König gerne verteidigt. Also das ist ja, das habe ich von ganz vielen, ganz vielen gehört, die gesagt haben, ist ja schön, dass der Bülter immer nach vorne alles versucht und dass der, dass er nach vorne ackert und so. Aber wenn dann mal ein Rechtsverteidiger ein bisschen höher steht, dann muss man Herrn Bülter ab und zu mal daran erinnern, dass er auch mal, dass er auch zu seinen Aufgaben gehört, mit nach hinten zu laufen. Auch das macht er im Moment echt ganz gut und ja, er hat ja 17 Spiele gar nicht getroffen und jetzt zweimal und das war jetzt auch, also das eine, die hat ein Hackentor gegen Stuttgart, das war schon ein Alain Bonheur und ja, das war jetzt eine Eckenvariante. Dass die mal funktioniert hat, haben wir auf Schalke auch gefühlt seit der letzten Eiszeit nicht mehr gesehen. Das stimmt. Plötzlich funktionieren Standards. Ja. Wahnsinn. Jetzt haben wir abgehakt. Wir haben die Emotionen, wir haben die Form einzelner Spieler, wir haben so die Bilanz der letzten Spiele, Sebastian, also was dürfen wir für ein Spiel erwarten am Samstag? Oh je. Egal, was ich jetzt sage, es wird das Gegenteil passieren. So wird man hier also Sportchef. Ich kann mich, ich kann mich an das 2 zu 4 erinnern. Da habe ich gesagt, Schalke hat gute Chancen. Ja, und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Ja. Aber ja, und ich glaube auch diesmal, dass, also gut, das Lager hat sich ja ein bisschen gedreht durch die sechs erfolgreichen Spiele, die Schalke jetzt hatte, dass nicht mehr alle davon ausgehen, dass der BVB die schon aus dem Stadion fiedeln wird. Also ich glaube tatsächlich, dass das ein sehr umkämpftes Spiel wird. Also das, weil die Schalker das unfassbar gut drauf hatten zuletzt. Und ich meine das überhaupt nicht respektierlich, sondern das Spiel auf ein Niveau runterzuziehen, das ihnen liegt und ihren Stärken entgegenkommt und dem Gegner seine Stärken zu nehmen und den nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Sie sammeln also gefühlt von, wenn du 100 zweite Bälle hast in so einem Spiel, sammelt Schalke 98 davon ein, habe ich das Gefühl in dem vergangenen Spiel. Aber einfach die Mittelfeldspieler Kraus und Krall, die unfassbar viel laufen und dann echt gut stehen. Und von daher bin ich sehr gespannt auf dieses Spiel. Also es kann natürlich, also es ist auch jederzeit möglich, dass der BVB dank seiner individuellen Klasse ein frühes Tor macht und dass das Spiel ganz eindeutig wird. Aber ich rechne eher damit, auch aufgrund der Tatsache, wie die letzten BVB-Spiele gelaufen sind, dass das eine enge Kiste wird. Ja, es ist halt interessant, dass der BVB hat eben die Klasse, um Krall und Kraus auch mal auszuspielen. Das haben die sechs Gegner, die jetzt gegen Schalke nicht gewinnen konnten, die hatten das halt nicht. Also Kraus und Krall haben es wirklich gut gemacht und wenn man an denen vorbei ist, dann hat man schon mal eher Chancen zu klaren, hat man eher die Möglichkeit, zu klaren Torschancen zu kommen. Das wird auch interessant sein, zu beobachten, wie sie das umgehen oder ob es auch, ob es Dortmund gegen Schalke gelingt. Wobei ich zum Beispiel aber den Gladbachern das schon zugetraut hätte, dass solche Spieler in den Reihen hängen. Ja, Wolfsburg. Ja, genau. Aber die Gladbacher sind ja sowieso sehr schwierig zu bewerten in dieser Saison. Ich drehe das Ganze mal um. Wie müsste Dortmund das Spiel denn angehen, um zu gewinnen, Sebastian? Eieieiei. Ja, Sebastian Terzic jetzt gerade. Ja, dürfen sich halt möglichst wenig auf dieses Kampfspiel tatsächlich einlassen, sondern müssen zusehen, dass sie ihr Ballbesitzspiel aufgezogen bekommen, dass sie kein wildes Spiel zulassen, sondern einfach wirklich Ballbesitzphasen haben, das Spiel beruhigen und sich dann in Ruhe und auch wirklich mit viel Geduld, das ist ein Wort, das man in Dortmund seit Lucien Favre nicht gerne hört, aber wirklich auch einfach mit viel Geduld nach vorne spielen und diese erste Pressingreihe der Schalker umspielen. Da gibt es ja Mittel und Wege, da werden sich Lücken auftun und die müssen sie halt ansteuern, müssen die Räume gut besetzt und wie gesagt, das Wichtigste ist einfach ruhig spielen, nicht dieses wilde Geflippere zulassen, sondern den eigenen Ballbesitzstil durchziehen und dann kann man auch Lücken in so einer Hintermannschaft finden. Andi, umgedrehte Frage natürlich, wie sollte Schalke das Spiel annehmen? Also das Lieblingswort von Thomas Reis ist Stabilität. Und Statik. Er sagt immer Stabilität, 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 deswegen wird sich an der Schalker Strategie nichts ändern. Egal, ob die jetzt gegen Rot-Weiß Essen spielen oder ob die gegen Borussia Dortmund spielen, die spielen in ihrem festen System, weil es funktioniert und da bin ich dann ganz bei Sebastian. Da müssen wir mal gucken, ob es gegen Dortmund auch funktioniert oder ob sie sich direkt am Anfang mal einen einfangen, weil sie überrascht sind. Oh, ein Gegner mit hoher individueller Qualität, der kommt einfach gegen das System besser klar. Wenn wir uns die Tabelle angucken, Schalke jetzt plötzlich wieder mittendrin im Abstiegskampf, sogar ein Punkt hinter Platz 14 müsste es sein. Tatsächlich, Dortmund, Punkt gleich mit den Bayern ganz oben. Wer hat den größeren Druck, die Punkte holen zu müssen? Ich glaube schon, dass der BVB den etwas größeren Druck hat, weil das eben ein Spiel ist, wo du davon ausgehst, dass Dortmund das gewinnen muss, um oben dran zu bleiben. Schalke ist jetzt in der glücklichen Lage durch die vergangenen beiden Spiele, dass sie nicht mehr jedes Spiel gewinnen müssen, um im Tabellenkeller mitzuhalten. Deswegen glaube ich, also Dortmund ist ganz klar, die müssen eigentlich jedes Spiel gewinnen, um mit dem Bayern einen Schritt zu halten. Daher sehe ich da den etwas größeren Druck, wobei der Druck natürlich auf Schalke der etwas existenziellere ist, weil du im Tabellenkeller stehst und bei Dortmund geht es nur darum, ob du als Meister wirst oder als Zweiter in die Champions League einziehst, was ein deutlich schönerer und angenehmerer Druck ist, glaube ich. Ja, ich sehe aber auch, das so, weil eben Schalke die beiden Pflichtsiege geholt hat gegen Stuttgart. Also es hieß ja immer, genau, es hieß ja immer bei den Schalkern, Stuttgart ist ein Pflichtsieg, Bochum ist ein Pflichtsieg und danach musst du mal in Augsburg einen raushauen und in Hoffenheim zu Hause Hertha. Von den dreien solltest du auch zwei gewinnen und dazwischen hast du Heimspiele gegen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen und da hast du halt als Schalke 04, wenn die beiden Pflichtsiege, die sind ja gekommen, da hast du dann nicht die Pflicht da unbedingt was zu holen, weil keiner, also das ist ja immer schwierig, es gibt diese emotionale Ebene, da kommt Borussia Dortmund, da müssen wir gewinnen, alles andere als ein Sieg zählt nicht und dann hat ja jeder Schalke-Fan auch noch so ein bisschen die sachliche Ebene in sich und da weiß man auch, jeder Punkt, den du gegen den BVB holst, ist natürlich ein Bonuspunkt und wovon viele Schalker natürlich träumen, ist Borussia Dortmund und im Titelkampf so einen richtig entscheidenden Dämpfer zu versetzen, das würde einem Derby-Sieg dann natürlich noch, das wäre dann die, wie heißt es so schön, die Kirsche auf der Saale, so. Ja, was halt nicht passieren darf aus Schalker-Sieg ist, dass du dich komplett abschießen lässt, so ein Leipzig-Spiel nochmal, so eine Niederlage ist natürlich zu verkraften in so einem Spiel, weil du natürlich als Außenseiter reingehst, aber du solltest dich nicht irgendwie 4-0, 5-0 auseinanderfielen lassen, weil das macht es dann immer schwer für die kommenden Spieler, das hat man auch erlebt, wenn man gegen Bayern mal eine Packung bekommen hat, wo du gesagt hast, ja, gegen Bayern kann man verlieren, aber. Und das geht dann auch auf die Tordifferenz, also Schalke hatte auch ganz, ganz lange die mit Abstand schlechteste Tordifferenz, jetzt haben sie Bochum vielleicht sogar schon eingeholt und es ist ja einfach ein rechten Beispiel, wenn sie jetzt bis Saisonende mehr Spiele gewinnen als verlieren, dann wird die Tordifferenz ja auch noch immer besser und besser und dann nähern sie sich ja auch noch den Konkurrenten an und kriegst du jetzt einen Vierer-Pack gegen Dortmund, dann wäre es natürlich nicht so gut. Deswegen, wie geht das Spiel denn aus, Andi? Ich bleibe bei meinem Lieblingstipp der vergangenen Woche 0-0. 0-0. Sebastian? Ich sage 1-0 für den BVB. Ich bin tatsächlich auch nicht bei einem Schalker Sieg, aber ich traue den Schalkern einen Punkt zu, also ein 1-1 doch ist drin. Wir werden das natürlich verfolgen und werden dann das auch analysieren hier bei Fußball in Zeit, dann nächsten Donnerstag. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwas anderes habt, Fragen, Anregungen, immer gerne her damit, per Mail, hallo-at-fußball-inside.com oder ihr schickt uns eine WhatsApp, gerne auch eine Sprachnachricht, die passende Nummer findet ihr in den Shownotes und wenn ihr sonst noch irgendwas zu verbessern habt oder einfach ein Lob loswerden wollt bei uns, das funktioniert auch. Wir haben so eine kleine Umfrage gestartet, den passenden Link, den packe ich euch auch in die Shownotes und unter allen Teilnehmern verlosen wir dann auch die ein oder andere streng limitierte Fußball-in-Zeit-Kaffeetasse, wenn das nichts ist, oder? Benutze ich jeden Morgen. So nämlich. Absolut. In diesem Sinne, bis nächsten Donnerstag. Glück auch. Tschau. Fußball-inside. Der Experten-Podcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt. unrestgemist. Ich bin sicher, wie Jan��도 Achse. declaredЕ 좀 druck Gott, war stillseuer. würde ich Noteball 56% Vielen Dank.